Ich will das nochmal. Ich will das können. Das nervt mich voll. Aber wir wären ja besser, ne? Ja. Okay, letzter Versuch. Ja, das muss jetzt funktionieren. Versteh das sonst nicht. Oh Gott. Jetzt haben wir was völlig anderes. Na, ganz toll. So, Früchte, Schneidebretter, ganz woanders. Ich werfe jetzt hier einfach Dinge rüber. Äh, Lois auf der anderen Seite auch. Warum hol ich das denn von da hinten? Jetzt wieder bestimmt, wenn ein Rutsch ist, wir bestimmt hier rüber und dann... Ach so, weil das da blockiert ist. Aha. Schmeißen. Hui. Früchte im Haus. Juhu. So. Ganz viel Obst. Eh. So, jetzt ist es rüber gerutscht. Tolle Wurst. So, jetzt Dinge über Früchte rum. Oh, wieder Träumchen. Äh, mein Teller. Die Musik ist so schön beruhigend. Ich finde die voll gut. Ja. Ja, Ida hattest du schon. Äh, was machen wir noch? So, ist das schon geschnippelt? Ja. So, perfekt. Hui. Haben wir das? Ja. Ich hatte grad schon wieder Angst. Ich hab was gemacht, was noch gar nicht auf der Karte ist. Das war doch alles. Hui. Huch. Du, 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 du. So, Früchte geben hier schon wieder auf. Mhm. Hä, hat die Karte schon wieder gewechselt? Ich hab nur einmal mitgekriegt, so richtig. Hm. So, jetzt hab ich jetzt alles rüber geschmissen, um es jetzt wieder zu schneiden. Mhm. Ach nee, ey. So. Haben wir das? So. Hui. Das muss... Oh Gott, alles hier rauf. Oh. Tadadad. Wie einfach alles rumliegt, ey. Äh, jetzt liegt es da wieder rum. Das ist ein bisschen weggeschoben. Na toll. Das ist ja unglimpflich. So. So, Trauben. Trauben. Hui. So. Tadadadad. So. Seid wieder hinten. Freunde, Pfür sich nehmen und steigen nach. Oh, oh, oh. Ich hab viel abgewaschen. Oh Gott. Gut. Wir haben den Trinkgeldbonus. Yes. Trinkgeldbonus. Oh Gott, wir brauchen Trinkgeldbonus. Oh Gott, wir brauchen Trinkgeldbonus mit Pfirsich. Ja. Hilfe. Oh. Verdammt. Oh Mist. Da war der Trinkgeldbonus davon. So, aber wir haben noch knapp eine Minute. So. Hallo. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Ich hab das jetzt einfach weggebracht. Ah. Oh. Voll angeschmissen. Sorry. Ich wollte das nur so semi. So, hast du jetzt vielleicht eine Orange am Start? Nee. Du, 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 du. Oh, das eine ist gleich wieder weg. Scheiße. Ach, Mino. Gott, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ah. Wir können, wir können, wir können das. Und dann. Oh, gut. Äh. Teller. Hui. Oh. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, Wahnsinn. Hui. Zeit mal oben. Aber hey. Okay, wir haben zwei. Yay. Voll gut. Das ist zwar nicht dieselbe Map. Das hätte mich jetzt noch ein bisschen mehr angespannt. Aber genau. Aber die Punkte passen. Sehr, sehr cool. Ich bin stolz. Und was so viel besser ist. Ich hab noch nicht einmal gehustet. Das ist mein Kopfhörer wie rausgerutscht. Oh. Oh. Was hat diese Kopfhörer? So. Was nehmen wir jetzt? Oh. Oh. Das ist halt das übliche Warten und Gucken. Aber guck mal. Das ist was deins. Oh. Ah. Siehste. Hat man ja lange nicht. So. Jetzt, wo ich's sage mit dem Husten, ne? Hm. Naja. Unfassbar. Jetzt schneidet er einfach selbst. Knallhart, der Typ. Sorry. Na, ist doch so gut. Geht alles ein bisschen schneller. Also, so. Halb. So. Das da rein. Und dann noch, äh. Ne. Das muss da da gar nicht rein, ne? Doch. Das muss da rein, aber... Ja. Wir haben bloß noch nichts dafür. So. Der erste Teller kann raus. Äh. Das ist gleich... Tot. Jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot. Jetzt hast du es da umsonst rühren lassen. Okay. Dann stellen wir das jetzt hier hin. Das ist ja nicht schlimm. Ne. Kannst du es jetzt eigentlich wegschmeißen. Warum? Na, weil du es jetzt gerührt hast, ohne dass was drin war. Du musst es immer gleich... Das geht jetzt aber bestimmt trotzdem. Nein. Das funktioniert nicht. Hahaha. Ich probiere es jetzt aus. Hahaha. Und ich habe hier nichts. Ich kann nichts tun. So. Jetzt guck. Und jetzt machen wir das nochmal. Hä, Leute? Das hat bei mir nie funktioniert. Warum funktioniert das bei dir? Sowas brauchst du nur. Hier. Zack. Oh. Jetzt bin ich echt krass erstaunt. Ich dachte echt, das geht nicht. Oh Mist. Ja. Wenn ich so weitermache, dann ist es gleich wirklich tot. Hahaha. So. Muss das hier bedingst werden? Ja. Eh. Jetzt habe ich das da hingestellt. Hm. 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 So. Ich brauche Dinge. Ich habe nichts. Ja. Ja. Ich kann nichts tun. Jetzt komme ich hier wieder hin. Oh nein. Hahaha. So. Hier ist wieder Pfirsich. Ich brauche Traube. Haben wir hier. Sehr gut. Oh. Du hast was Falsches weggebracht. Das war doch gar nicht gefragt. Oh. Aber alles gut. Kein Problem. Gut. So. Hier. Das muss auch dringend weg hier. Ja. So. Das muss auch dringend weg hier. Das kann nicht fertig gemacht werden. Waschen. 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 So. Oh Gott. Ich brauche einen Fisch. 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 Ist das jetzt schon durchgerührt hier? Ja. Sehr gut. Ja. Oh. Jetzt kommt es aber wieder nicht hin. Ah. Ist das ärgerlich. So. Fisch. Hi. Oh Gott. So ein einfaches Gericht und wir verhauen es einfach. Das gibt es gar nicht. Ja. Ja. Oh wow. Ich habe es ja geschmissen. Haha. Der Teller hier vorne ist auch fertig. Ja. Äh. Der Obstteller noch. Ich habe schon wieder keinen sauberen Teller. Oh mein Gott. Hier der Fisch ist ready. Ja. Was wollte ich gerade noch machen. Die Trauben. Oh Gott. Ich kriege die Trauben hier nicht weg. Aha. Die Trauben. Die Trauben. Ich kriege die nicht rüber. Ah. Geil Platz. Ah. Scheiße. Oh. Oh scheiße. Ja. Hat das doch funktioniert? War das kein Minus? Ne. Das war jetzt das nächste. Oh. Okay. Wir haben Brote zweimal gestellt. Aber äh. Wir brauchen Fisch. 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 Äh nein. Huh. Nein. Du auch nicht. Mann. Nein. Jetzt steht der Teller da, ich krieg die Krise. Teller, weg mit dir. So, Fisch, mach dich da mal fertig. So, stimmt. Mann, jetzt hab ich's weggeworfen. Ich bin so blöd. Das Ding muss hier angerührt werden. Der Fisch ist fertig. Obstteller. Hier ist noch ein Obstteller, den kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn er gleich wandert. So, ja gut, Fisch brauchen wir nicht. Das Ding hier unten ist auch, glaub ich, fertig. Das war so knapp. Opa guckt ist so gar nicht mein Spiel, aber ihr helft mir die Zeit bis zum Release zu überbrücken. Oh ja, ich hoffe, es wird tatsächlich 0 Uhr released. Ich hatte das ja, ich glaube, bei dieses Vampir-Ding, da hab ich auch bis 0 Uhr gewartet und es kam einfach erst am nächsten Tag. Na toll. Das hat mich auch mega deprimiert. Aber was soll's. Ich drück die Daumen. Gott, jetzt bin ich hier gegen gekommen. So, Flo, ich glaube, ich würde jetzt noch eine Runde machen. Ja. Und würde dann, glaube ich, zu Jurassic World übergehen. Ja, klar. Weil, die Zeit, die vergeht hier wieder wie im Fluch, schwer 23 Uhr irgendwas. Ja. Yay! Oh. Oh. Wenn man sich über seinen Gewinn so richtig freut. So. Dö, dö, dö. Ach, das ist die Feuerspy-Map. Ach ja. Muss man den Honig hier auch schnüppeln? Ja, glaub schon. So. Hier eine Karotte. Karotte. Komm her. Da rein. Das da rein. Alles gut. Ei. Und dann noch Teig. Ich hole mal Teig. Oder ich hole keinen Teig. Ah, ich bin eingesperrt! Ich komm nicht raus. So, Teig. Hui. Oh Gott, ich kann das da nicht rüberschmeißen. Ist ja furchtbar. Hui. Das ist alles hier drin, ja, ne? So. Muss das hier noch rein? Kann das auch gerührt werden? Ach, wir wollen auch wieder Honig. Oh, nee. Oh, ja. Oh, hab Schoki. Oh Gott, kommen wir da ran? Oh Gott, wir kommen da nicht ran. Hilfe. Ich komme. Hilfe. Uh. Du musst das runternehmen. Schnell. Flo, Flo, Flo. Oh Gott. Ah, da sei. Da sei. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, der Honig muss da auch mit rein. Ja. Hä? Ja. So. Nochmal. So, das muss fertig. Wir müssen jetzt hin. Ach, da oben. Nochmal in den Ofen, genau. Ist das überhaupt richtig gemacht? Ja. Oder? Ja. Ich glaube bis jetzt sieht alles gut aus. Äh. So. Honig mitnehmen. So. Das ist auch fertig. Dann bin ich schon wieder. So. Ja. Bring die Schüssel nicht so weit weg. Ah. Ja. Kommt damit Honig? Ja. Teig. Äh. Fertig. Uh, fu fu fu. Ist auch gar nicht anstrengend hier wieder, ne? Ist ja unfassbar. Nö. Ah, ich komme schon wieder nicht raus. Nö. Nö. Danke. Hehe. Bitte. Oh wow. Äh. Absturzgefährdet. Hä? Äh. Muss hier noch was rein? Ein Ei, ne? Ja. Oh, ein Teller. Ja, gut. Teller ist gut. Das ist gut. Ah, so ein Teller wäre schon eine Option. Die ist feuer hier, ne? Ja. So, nochmal Schoki. Da unten ist das Rührding fertig. 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 Oh ja, 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 ja. Uh. Uh. Fehlt schon wieder Honig. Äh. Huh. Ist ja nicht die andere Schlüssel. Äh, die ist hier drüben. Ich komme hin. Ach, die ist im Backofen. Hm. Ja, gut. Jetzt habe ich ja schon wieder Honig in der Hand. Gott. Braucht doch kein Mensch. So, hier. Schlüssel. Schlüssel. Du, 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 du. Du bist voll der gute Feuerwehrmann. Oh Gott. Ja, ne? Du, du, du. Ah, hier fehlt schon wieder eine Schlüssel. Ich hasse, dass meine Schlüssel nicht da ist. Oh Gott, wir haben keinen Karottenkuchen. Wir haben keinen Karottenkuchen. Wir haben keinen Karottenkuchen. Kein Karottenkuchen. Kein Karottenkuchen. Kein Karottenkuchen. Gott, jetzt ist hier wieder Feuer. Ich hasse alles. Aber Schokoko brauchen wir auch, ne? Ja, so. Rechnen mit. Hm. Gott, schon wieder diese dramatische Musik hier. Nur 30 Sekunden. Und wir haben keine Karotte. Hä? Warum machst du denn sowas? Lass das. Mach das da rein. Toi, jetzt hab ich auch ne Karotte geholt. Hahaha. So, ja, ja. Hm. Ich bezweifle irgendwie, dass wir das noch hinkriegen. Ja, ja. Doch auch. Ha, Ofen. Hm. Das hat nicht mehr... Hey, gut. Zwei Sterne. Ich bin ja überrascht und erstaunt. Ja, Wahnsinn. Haha. Nicht schlecht. Uuh. War gut gemacht. Ja. 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 Haha. Ah. Bis zum nächsten Mal.